Na gut, also wir könnten noch bleiben, aber die Pflanzen, die wir zu Hause haben, die jetzt nicht gegossen werden und, naja, ich schätze, es ist ihre eigene Schuld, dass sie Pflanzen sind. Aber in all dieser Zeit haben uns die Pflanzen nie irgendwas zurückgegeben, außer Sauerstoff. Ha, das S-Team, ha? Das S muss für Slowmotion stehen. Ja, ich hab'n Namen. Mein Name ist Sonic the Hedgehog.